Ich brauche Ihre Hilfe, um ein Geheimnis zu lösen. Sie ermitteln unter Dieben, Geizkragen, Rüpeln der widerwärtigsten Ansammlung von Menschen, die Sie je gesehen haben. Meiner Familie. Das ist Harriet. Jemand aus der Familie hat Harriet ermordet und versucht mich seit 40 Jahren in den Wahnsinn zu treiben. Die sind von ihr und die übrigen von ihrem Mörder. Als ich das letzte Mal etwas aufdeckte, dessen ich mir nicht absolut sicher war, habe ich meine gesamten Ersparnisse verloren. Ich brauche Assistenz bei der Recherche. Sie ist eine meiner besten Ermittlerinnen. Ich habe die Sorge, dass ich sie nicht leiden kann. Sie ist anders. Du warst in vier verschiedenen Pflegefamilien. Du hast wiederholt gewalttätige Straftaten verübt. Seit ich zehn bin, kümmere ich mich um mich selbst. Der Staat hat sich um dich gekümmert. Lisbeth, kann ich sie Lisbeth nennen? Ich brauche ihre Hilfe, um einen Frauenmörder zu finden. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was die mit dem Tod eines 16-jährigen Mädchens zu tun haben. Was machen Sie da? Ich lese Ihre Aufzeichnungen. Sie sind verschlüsselt. Bitte. Vergewaltigung, Folter, Feuer, Tiere, Religion. Habe ich was vergessen? Die Namen. Ich habe vielleicht was. Niemand mag es, wenn man in seinem Leben umschnüffelt. Jeder weiß, warum Sie hier sind. Jemand hat sie getötet. Jemand, der damals auf der Insel war. Und wenn sich ein Weib irgendeinem Tiere naht, dass es sich mit ihrer Gatte, so sollst du das Weib samt den Tiere töten. Diese Leute sind wahnsinnig. Bald lernen sie uns besser kennen, als sie ihnen lieb ist. Tut mir sehr leid. Untertitelung des ZDF für funk, 2017